Hallo, da bin ich wieder, ich lebe auch noch, ja, muss gerade ein Telefonat führen, kurz, wir machen weiter, Angriff, Jungs, äh, mein Gott, lieb dich, ich hasse diesen Photomodus, ich hasse ihn immer noch, Komm hoch, hier, Alter, wie viel sind denn hier, was, Alter, Aloys Office, Aloys Action, ich, Rieser, Aloys, nicht E-Boy, Boom, 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 so, scheiß Sperrkämpfer, ey, so, was machen wir denn denn, aber hier schon da oben? Und kletterst ihn hoch und wieder runter, hoch da mit dir, Attacke, Rieser mit dem Bug hier, Junge, jeder andere Assassin's Creature, wer da jetzt hochgekommen, nur sie kommt da nicht hoch, war ja klar, Fickfotze, deine Mutter wird müde, wenn sie mir einen coilt, einmal coillon, was ist denn das? Boom, hat er lebt, hat er auch nicht mehr, okay, wir brauchen noch eine Hilfe, Ja, ich würde da gehen runter, Aufpräschung, okay, Er braucht Unterstützung, aber egal, HALO, Ein fettes Stück, Scheiße, Oh, was ist denn das? Oh, BAM, HANDA! Habe ich da, Habe ich einfach dieser Lock gehen können? Habe ich einfach hier durchgekommen? Goll Scheiß auf Wors, die Türenschuhe aufbrechen einfach äh, was haben wir hier? soll die Piste da hinten chillen, ey? wer ist der überhaupt? ähm, okay ist das jetzt? komm so ran, ey mein Gott noch Hilfe hier? erstmal nicht machen wir da noch nen Gegner das sind eigentlich die ganzen Typen die ich runtergeschossen habe, ey? du wirst zerschmettert du wirst zerschmettert ja wo denn, Mixer ähm da ist noch ist noch Loot aha, natürlich what the fuck warum rum okay, dann halt so auch so ein bisschen schon im Plündermodus sind da musst du auch noch Looten also Rätsel lösen ja ja mädchen, alter du hast echt nen Arsch offen kennst du überhaupt irgendwas? Looten ist nicht deine Stärke wohl nicht deine Stärke erst wenn ihr den mal angreift, hä? ja, greif doch an, mädchen der Herr ist dein Arsch der Herr ist dein Arsch hat irgendjemand Hilfe? okay ja, aber die Gegner nehmen auch wieder kein Ende hier, ne? ja, komm her ja, komm her ja, komm her so ja sie ach so, die hab ich schon baust das war auch die, die hat schon den Auftrag gehabt, doch komm her, Junge komm her, Junge ja, versuch's doch mal, hä? wir haben im verfickten Kloster hierher was ist denn später los? wenn hier schon so viele sind ja, hier, helf mal ich brauch hier drüben Hilfe hallo ja 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 ich schaff das nicht allein na komm, los schieb wir haben ja wohl Material sehr schön so 20 nur boah, ist ja wenigst mal guck, ob das funktioniert mal guck, ob das funktioniert ne, schade auf dem Fall kann man einfach durch Fenster gehen klopf klopf, klopf klopf ja, jungs angriff pickt ihre mütter komm 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 wer ist er denn hier? der Priester vom Babst komm hohoho Junge, Junge, Junge ah du hast kein Loot? wirklich? ja hier brauch ich mehr schade ja, was tolles behauptsache sind alle nicht hier reingekommen so ja, komm her noch mehr Brandschatzen vom Feinsten boom hawa Jungs, Mädels ich brauche euch hier let's go so noch mehr Rohmaterial die sollten wir jetzt 80 haben ne so das Ding aufschlagen kann ja auch nicht her, das boom Hauptzug abgeschlossen Abteil des Heiligen Album Album? ist ja echt Album ach, Album wir haben hier aber noch was, da haben wir noch was und da haben wir auch noch was und da haben wir auch noch was noch mal ran hier Wollte ich sagen ok, ganz weit unter mir ah komm ich nicht nach unten ach, da ist sogar noch ein Gegner ja wir haben ein bisschen Leben bekommen hier, nice das dauert nicht lang wir sind hier fertig zurück zum Schiff wir sind hier fertig, zurück zum Schiff wir haben auch eine Rüstung, das ist so schwer dass du deine Rüstung zerfickt hast aber wie kommen wir denn hier runter Alter auch noch was drin ok ich würde das eine ja zum anderen sag ich mal, ne sehr schön komm ich denn hier rein alter haben eure Gebäude auch mal einen Eingang haben eure Gebäude auch mal einen Eingang das fucking Gebäude hat keinen Eingang wer baut denn sowas what the fuck ah also also ok ja trotzdem ist das dämlich, dass da kein Eingang gebaut wurde dann frage ich mal noch, wie komme ich da runter hm so grad haben wir hier alles weggemacht mitzelt das war echt hart da drin ok mach ich es wieder was du da Mädchen ist ja da natürlich ein Dorfkrieger raus ok da muss man alles ins Grisch mit dem Scheißgrätsel lösen hier geht nichts hier geht auch nichts hier geht auch nichts hier wollen wir irgendwas hier wollen wir irgendwas na boah wie komme ich da rein wie komme ich denn hier rein das war auch ich bin ach mach ich einfach so ne mhm hm warum 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 so Wenn man es auch kompliziert machen kann, ne? So, dann können wir näher. So, noch ein paar Vorräte. Jetzt brauchen wir noch den einen da. Jetzt hat die Frage, wie kommen wir runter? Hier vielleicht, irgendwie? Hängen wir in Katakombe oder so? Beispiel beim Heiligenkreuz geht es runter. Ne, irgendwie war das nicht. Wo geht es denn hier runter? Hallo? Weg dich, Mädchen. Ob es so, ich hatte, dass der um die Scheißsteine einfach rumgeht. Nein, sie bleibt dran hängen. Irgendwie hier runter. Ach, natürlich. Jetzt mache ich mir auf jeden Fall noch Gedanken darum, was die Leute hier über mich denken. Wenn ich hier alles niedergebrannt habe. Ich denke, ich mache mir nur Gedanken, wie komme ich jetzt da runter? Also, das ist, was mich gerade beschäftigt. Wo komme ich runter? Irgendwo vielleicht. Wo kommt man denn hier im Scheißding runter? Oh, mein Ding ist voll, okay. So. Rot, tot, am totesten, ne? Warum steht hinter der Scheibe eigentlich so ein Fass? Auch ist das immer oder wie? Weil, wäre es sonst eine Kacke. Schau mal vor, ihr müsst es irgendwo mal vergessen. Wenn ihr den Schlüssel ist... Hier soll es doch noch einen Schlüssel geben. Ach, lol. Guck mal. Lol. Aber dann hier oben noch. Wieder neugierig. Klar nix. Da ist dann die Schriftrolle. Beile. Wann habt ihr den Angriff schon vergessen? Jetzt mal die Frage, wo ist... Wo kriege ich einen Schlüssel her? Ja, ich will das ja looten, aber ich weiß nicht den Weg. Und ich weiß, aber ich brauche echt den Schlüssel für. Oh, der Ficker bin ich. Okay, dann lassen wir es einfach mal... ...gut sein, würde ich sagen. Was ist das hier? Die Schriftrolle? Das ist jetzt eigentlich deutsch. Vielen Reisen mal. Das Reisen zu können. Wir reisen direkt hier hin und dann... ...wollen wir uns hier auf den Weg hin. So dann noch was... ...brand schützen können. So. Jetzt sind wir noch nicht komplett. Wahrscheinlich ist das echt wieder so eine Sache, die wir jetzt nicht holen können. Wofür wir eine Mission brauchen oder so. Also ein großes Kloster... ...stellt das Gefühl, dass da noch was anderes passieren muss. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles war. So. Zack. So, dann lassen wir auf die Weltkarte. Hallo, Weltkarte. Warum wollen wir hier hin? Das ist unser nächster Raufzug. Oh. Dieser Sound. Der ist unglaublich. Was ist schon wieder? Was passiert denn da immer? Was denkt ihr sich denn? So, hallo, Jungs, Mädels. Oh, let's go. Singt, meine Raben. So, wir werden sie auch noch haben, Willi. So. Dahin. Dann vielleicht wollen wir den hier noch machen. Dann sind wir... ...dabei. What the fuck? Da singt der doch gerade nicht auf dem Boot. Kann der mich erzählen. Das ist ja dort mal eben singt. Oh, wohl. Dann kommen wir uns auf. Ich hab Bock zu plündern. Ich hab' den Kameramodus. Ich hab' den Kameramodus. Ich hab' den Kameramodus. Boom. Boom. Ganz schön kopflos. Boom. So. Zack. Mit dem da? So Unter Wasser, die Typen werden direkt gedoot Oder kriege ich jetzt automatisch immer Loot? Ah Ja? Hallo? Warum sprengst du da jetzt wieder rein? Boom In die Richtung Dann muss ich jetzt für jedes Ding hier aobern im Grunde Ah, da ist ein Schlüssel Ich hatte einen Schlüssel Ich hasse das Ich hasse es immer noch Das hasse ich auch Dass du einfach an jeder Ecke hängenbleiben kannst Boom Schön, weil ich gesandwiched werde Yo, was ist mit dir, Alter? Alter 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 Alter, wie sie mir den Kopf weggehauen hat, vorlieb Alter Das tut mir ja selbst weh Das tut mir ja selbst weh Das tut mir ja selbst weh Boom Gefehlt Er setzt sich jetzt mal hin, genau Was ist mit dir hier? Wer zu zweit? Was ist mit ihm? Gut, bestätigen, warum? Ach, ist etwa er Ach, einer vom Orden ist das Ah, die Olle da, glaub ich, ne? Du bist mir auf die Fläche gekommen Beeindruckend Aber du findest uns nicht alle So tief kannst du nicht graben Wir sind wie ein fauliges Geschwür Wir bahnen uns unseren Weg Wie der stete Tropfen höhlt den Stein Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr Ein Geheimnis Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort Das aus deinem Munde kommt Ja, lass dich doch weiterquatschen Vielleicht verrätst du dir alles So, wo haben wir denn noch was? Hier haben wir noch ein paar Ein paar Hinweise bekommen, nice Tschüss 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 Wofür brauchte ich jetzt den Schlüssel? Oh, eine neue Axt Nice So So Hier machen wir auch noch was Okay Und hinter Erledigt Okay Dann gucken wir uns mal das Runds Menü an So Boom Die haben wir Dann haben wir hierzu Punkte bekommen Der Kiel ist ein bärtiger Mann Ach echt Da haben wir eh noch was zu bekommen Und zu suche die Schmiede Neben den runden Ruinen Auf dem Gelände Abteil des Heiligen Albans In Axtfort Nördliche Oh, okay Sonst Noch den einen hier So, wir haben eine neue Axt bekommen Was sind denn da? Vergleichen Müsste man vielleicht ein bisschen verbessern Angriff wird nach jedem Treff erhöht Uh, das klingt eigentlich auch ganz gut Maut Axt Hm Gift Schaden, ja Schön, dass ich Gift Schaden drin habe Aber gar keinen Gift Schaden mache Daher da Ich hab dir gehofft gehabt, dass ich dadurch irgendwie Schaden mache Aber nein Das wird nicht passieren Gut, können wir noch was cooles hier Was haben wir denn hier noch? So, der geführte Pfeil Na ja Meischel ist Drücke nach einem Verkrieg Oh, das oder das Tauch Was ich mich schon Wenn ich das mit dem Gift mache Hm, was haben wir denn hier noch? Zählen zum Beißen Regen mit dem Roten Teil Hast du das Ganz gut Flachtfeld Geschoss Ei Wann das mit dem Wo wir den Ding Soll Schießt du zwei verlaufgelahrene Pfeil Nehmen wir raus Soll was Kann das Ding wieder zurückwerfen können Das wird ja der Saft gegen uns eingesetzt Notfall Hier Plack der Pfeil Habe ich gleich mal auf Ne, wo war's? Lass es da gehen Denk ich mal In die Richtung Ich gehe hier Was haben wir hier? Und zum Beispiel Okay, das geht ja nicht auch ganz gut Weil Komm ich eigentlich relativ schnell hin Ne Wie die Kommen da so gar nicht hin Boah Jetzt sind's Na gut Dann halt so So Jetzt machen wir unser Lager Kann ich jetzt sagen Tschüss Tja Tja Im Ende haben wir gewonnen Haben die einfach weggemacht Wir können ja noch den Ohren gehen Den Typen suchen Da ist sie markieren Da ist sie markieren Alles tauben Okay Mitten da drin Okay Gut ich kann ja zu meinem Schiff Kann ich immer schnell reisen machen Dann holen wir uns dann mal eben schnell Würdest du sagen Machen wir das dann mal eben schnell Dann geht da mit dem Orden Aber egal in welchem Land Egal in welchem Teil der Welt Immerhin gibt es irgendwelche Orden und so weiter Die die Welt kontrollieren wollen scheinbar So Wo ist denn mein Ziel Mir fehlt das Geräusch So Ich meine wie wir entfüllten Kommt die Animation Ich bin nicht mehr so geistreich wie früher Nicht länger das Blatt Dann hat er ja keine genanleine Beziehung Zu dem Typen Der schimmende Blut Der Brecher leerer Schädel Die Peitsche des Schwanenwegs Der Stahlträger Verleiher von Hacksilber Wäre ich nur als freier Mann geboren Als einer der sein Schicksal selbstbestimmt Sei froh dass du Valhall mit einem Gedicht Auf den Lippen entgegen gehst Sei froh Ja Tut mir leid So Was hatten wir uns da gebracht Da war nix irgendwie Der Kiel für mich ist ein mächtiger Schiffs- und Besatzung Oh wir dürfen müssen Kämpf Schiffskämpfe machen oder was? Versuche die Weste Im Kielesnest Auf der höchsten Berg Der wird den hier ein Der ist anscheinend Der Schmiede Also für den musste ich ja scheinbar Äh Was wollen wir denn? Äh Hinten ne? Hier haben wir hin Weiß nicht was die Schmiede ist Vielleicht kann das doch kein Schmiede machen Na ja egal So wir gehen hin Mein dritter Freund Sonst mehr hier Was ist das denn? Was ist das denn? Der ist jetzt hier? Wie packt der mich aus dem ersten 160er Gebiet? Hm Komisch Egal haben wir den gekillt So fertig aus dem ersten erstes Wir machen dann möglichst alles mit von daher Was ist das denn? Wir werden wieder das Schiff loskriegen Was ist das denn? Halt er ein Ich hab's dann immerhin gekriegt Segel setzen Toll Zeig mir einen Du bist ein Sonst mehr Du bist ein Du hast Die Du bist Wunderschönen Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Das war's für heute. 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 Das war's für heute.